und mit dem Kumpf dritten Part von Peck up jetzt ein bisschen verkackt Hauptsdienfelsen Spex nicht aufgenommen ich hab's gelingen nicht in die Stimme zum Schmerz aber ich habe sie sich erst besorgt es kein Schädigungsgebiet wie sie die Kräfte kommen in den Blick aufstehen die wir hier noch 10.000 Volkplatz gekauft und es ist ein zweiter mit dem kürzlichen WD-Z-Pack sie auf so hier ist es das ist ein ganzes Zeug, ich schade dass es nicht aufgenommen wurde sogar ein Fallout, weil ich dachte dass man es nicht ziehen könnte das ist ein richtig nice Zeug Ich brauche eigentlich eh nix mehr, außer vielleicht noch eine Epic Brawl oder so ein bisschen zum Abwachen. Oder eine Epic Erfolg Go Live. Eine coole Taulung, wenn das nicht spricht. Ich habe jetzt auch noch 4.000 Werkungsbonus, also... Oh nein, das habe ich noch nicht viele gesehen. Also schlägt noch mal den Kommis, was ich von den 4.000 kaufen soll, weil ich habe jetzt... Ey, nicht da scheiße, ich zieh diese scheiße Reaver nochmal. Ey, ich hasse dieses Spiel, man hätte ich nicht mehr aus anderes ziehen können. Also schlägt noch mal die Kommis, was ich von den 4.000 kaufen soll. Ich könnte mir, glaube ich, auch die Grave kaufen. Einer meiner Favoriten. Oh ja, nett. Nice. Das ist. Meine 3er kommt aus. Ach, also habe ich noch nicht viele gesehen. Die Epic sind mir aber vollautomatisch, das ist ja was ganz anderes. Hier auch noch nicht viele gesehen, die meisten. Also okay, Kopf haben Sie! Also er hat euch gefallen, er gefallen. Und das Ende des Parts. Vielen Dank.